Mein Name ist Nathalie Scharab-Sadeh, ich bin für den DBFK, den Deutschen Berufsverband der Pflegeberufe, hier und also in meiner Funktion als Geschäftsführerin für den Regionalverband Nord-Ost, aber natürlich vertrete ich auch über den Bundesverband, das gehört dazu. Meine Vision, das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil meine Vorredner das tatsächlich größtenteils schon vorne weggenommen haben, diese Gesundheitszentren, es gab gestern eine sehr interessante Meilensteinkonferenz, auf der auch Frau Schulze-Asche war und ein paar interessante Impulse gegeben hat, da ging es um Community Health Nursing, meine Vision für die Zukunft Berlin, speziell in meinem Arbeitsbereich, wäre eben genauso, was Gesundheitszentren, Quartier, wie auch immer man das nennen möchte, wo interdisziplinär zusammengearbeitet wird, wo der Mensch in seiner Ganzheit betreut und behandelt wird und das geht eben los mit Beratung vor und Frühschwangerschaft, das hört nicht auf mit Ernährungsberatung, das geht um die Koordination und Verknüpfung von weiterführenden Maßnahmen, das sind alles Sachen, die zusammengehören und die in einem interdisziplinären Team viel leichter gelöst werden könnten. Um so ein Gesundheitszentrum aus pflegerischer Sicht nicht sinnvoll zu machen, aber den Mehrwert daraus auch nochmal in pflegerischer Sicht zu steigern, wäre eben die Einrichtung von, da müsste eine Community Health Nurse arbeiten, ein spezieller Studiengang, der das eben alles vernetzen kann. Dann könnte gewährleistet werden, dass, ich habe mal geguckt, 2050 wäre ich 82, dass ich durch die Stadt laufe und fußläufig oder zumindest sehr nah einen Ort finde, an dem ich Behandlung, Beratung, Präventionsmaßnahmen, soziale Kontakte, all das finden kann in einer Hand von Mitarbeitenden sein, das nun Pflegekräfte, Ärzte, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, name it, dass die alle auch meinen sozialen Hintergrund zum Beispiel mit einbeziehen. Deswegen muss Quartierpflege natürlich gerichtet sein an den Bedarfen der Bevölkerung und deswegen kann die auch nicht überall gleich sein, aber in einer Stadt wie Berlin kann man sich da auch austauschen, aber dass es möglicherweise in Kreuzberg, Neukölln andere Bedarfe gibt, als vielleicht in Charlottenburg, sollte klar sein und darauf sollte auch eingegangen werden und der Mensch, der eben dann, ich, die 82-Jährige, die dann da eben hingeht, möchte wissen, dass das nachvollzogen werden kann, weil auch Quartiernähe da ist von den Mitarbeitenden. Um all das zu machen, also die Frage war ja auch, welche zentralen Hürden wir speziell jetzt der DBFK in der Funktion als Verband dafür sehen, ist, dass natürlich die Fachpersonen, die wir da alle anstellen wollen bis 2050, wir reden ja von einem Zusatz, Zuwachs, von dem wir brauchen, von mindestens 100.000, das gibt Zahlen, die gehen auch auf 150.000, die wir brauchen könnten, all die müssen wir ja erst mal finden. Um die dann, um das zu tun, braucht es heute mehr als Anerkennung und tatsächlich auch mehr als eine Bonuszahlung. Und grundsätzlich freue ich mich natürlich über die Bonuszahlung, wenn sie denn für alle, so wie es vom Bundesgesetzblatt vorgesehen ist, auch ausgezahlt wird. Aber das kann es nicht sein. Das kann nicht das Ende der Geschichte sein. Und deswegen fordern wir zum Beispiel als konkrete Maßnahme ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro brutto für alle, also Krankenpflege, Altenpflege, Pflegefachpersonen, wie das jetzt auch mit der Generalistik sich neu aufstellen wird. Aber das sind Sachen, die müssen ganz zentral sein. Denn anderen Fachberufen wird auch anständig bezahlt. Und das führt eigentlich zum nächsten Problem, das liegt meines Erachtens in der Außenwahrnehmung, vielleicht auch ein Stück weit sogar noch in der Innenwahrnehmung. Es ist immer, man ist schnell bereit, Applaus zu geben, gerade wenn einem geholfen wurde. Aber insgesamt ist die Pflege vielleicht nochmal anders als zum Beispiel die Hebammen, die da viel besser dastehen, ist die Pflege ja nun nicht behaftet mit sehr positiven Sachen. Man braucht Pflege, wenn man krank ist, wenn es einem schlecht geht, wenn man alt wird. Das sind alles Sachen, die nicht gerade dazu führen, dass wir eine große Stimme haben. Und wir müssten, was passieren muss, konkret ist eine Aufwertung dieser Berufe, und dass wir nicht mehr als DienstleisterInnen von untergeordneter Bedeutung, die in Substitutionen oder Delegationen, ich kann die leidige Diskussion kaum noch hören, als ausführender Handlanger sozusagen gesehen werden, sondern es muss dahin gehen, dass, um eine aktive Rolle in der Gesundheitsversorgung einnehmen zu können, muss klar werden und muss das auch gefördert werden, welche Kompetenzen dahinter stecken, welche, was für ein spezialisierter Beruf das ist. Und das sollten Pflegefachpersonen von sich aus selbstbewusst vertreten. Das sollte aber eben auch von außen an sie herangetragen werden. Und das geschieht unter anderem durch Bezahlung. Ganz wichtig oder was für uns zentral ist, das fasst es nur zusammen, ist die Pflegekammer. Da würden eben zum Beispiel Sachen wie die Fortbildung, wer bildet die fort, wo kann die Qualifizierung anerkannt werden. Da haben wir ganz große Probleme mit der Anerkennung von Abschlüssen von Menschen, die eben nicht in Deutschland ausgebildet wurden. Das kann es nicht sein. Da gibt es ja Statuten. Ich finde es auch schlimm, dass wir immer versuchen, tatsächlich, verhindert das schon mein Redner erwähnt, ich weiß nicht mehr wer, das Rad neu zu erfinden. Ja, es gibt Möglichkeiten, ich habe es gesehen, danke. Es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Als konkrete Maßnahme brauchen wir deswegen auch einen Ausbau der akademischen Qualifizierung und einen konkreten Finanzierungsplan dafür. Das ist so meine Vision und was wir uns wünschen würden.